Ich bin hier im Schwimmbad Ahoi Rügen und hier seht ihr das Kinderpflanzbecken, wo kleine Kinder drin toben. Hier ist eine Rutsche und da kommt bestimmt gleich Fiete oder Hallo raus. Es ist echt schön hier. Hier ist nochmal ein Swimming Pool und ein etwas kleines Becken. Und ja, hier sind noch Sitzgelegenheiten, Eggels, Fommes, Burger und ja. Übrigens, ich bin Hedi. Dann sage ich jetzt mal Tschüss. Moveeyah Moveeyah Aufphanans Kompeten